Intro Hey liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface Ja, wir spielen auf der Map Blitz, oder wir spielen bloß Blitz auf der Map Residence Haben wir ja bis jetzt noch gar nicht gemacht, glaub ich Und ja, ich wollte euch die Map ein bisschen zeigen, weil die Map ist sehr, sehr geil aufgebaut und mir gefällt sie sehr, sehr gut Und deswegen spielen wir sie heute mal, um ein paar kleine Sachen kennenzulernen von der Map, die wir noch gar nicht kennen Vielleicht, vielleicht bringt's ja was Und ja, direkt mit der GQ50 spielen wir natürlich Die darf natürlich nicht fehlen Die wollte ich mir grad holen Schade, war aber gut, auf jeden Fall geil Ja, die Map gefällt mir sehr, sehr gut Und die GQ50 ist auch für diese Map gar nicht mal schlecht Die ist sogar dafür sehr gut ausgelegt Und ja Das Design der Map gefällt mir sehr, sehr gut Die Map-Richtung gefällt mir sehr, sehr gut Was ja nicht bei jeder Map vorhanden ist, wie wir ja alle wissen Es gibt ja Maps Und der kommt natürlich hinten durch Verdammt Das hätte ich ihn gerne geholt Aber das hat natürlich nicht funktioniert Ist auch sehr, sehr schade Schade, erste Runde verkackt Aber das wird sicherlich noch besser Wir dürfen nicht an unseren Sprengstoff ran Habt ihr gehört? Runde beginnt Stitt 1-1 Muss mich noch ein bisschen einwärmen Ich hab noch nicht ganz 1-2 Ah, wäre ein Dritter gewesen Scheiße Wäre ein schöner Dritter gewesen Es steht 3 gegen 3 3 gegen 4 3 gegen 3 3 gegen 2 3 gegen 1 1 gegen 1 Schön gemacht Geil 2 zu 1 für unser Team 3 gegen 1 Damn, son Damn, son 1 Ah Mist Gut gemacht Geile Scheiße Super super Gut gemacht 3 zu 1 Normalerweise Sniper zu spielen Auf der Map ist auch ein bisschen kacke Muss ich ehrlich zugeben Gut gemacht Hm Wo bleibt denn der? Was? WTF? Den hab ich nicht gekriegt Ich wusste nicht wo der hingeht Der tryhardt aber ganz schön Aber 4 zu 1 trotzdem Hatte eh keine Chance gehabt Wenn da 2 stehen Schade Wäre schön gewesen Lol hinter der Wand WTF? Verdammt was ist das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Hinter der Wand hat er mich gebumst Und mit der Sniper Kommt mich gerade überhaupt nicht klar Keine Ahnung warum accordance COVID-6 wird es schon irgendwo Ja? 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 Okay, defuse mal 5 zu 2 Scheiße Pay to win Ist ja nicht so, als wäre das gepayt oder so Das ist zwar keinen Cent reingesteckt worden Aber okay Ich hab die ja nur für Zeit Wie einige ja wissen Und deswegen Machen wir doch mal weiter, ne? Also es ist Schöne Runde auf jeden Fall Mir gefällt die Map, also Ich sag ganz klar, die Map, die Ist gut gemacht Mir gefällt die Hawkrock Map zwar ein bisschen besser Muss ich ehrlich zugeben Aber die ist auch geil Mein Team, ey Lol Das war zwar drauf, aber Schön gerackt Schön gemacht auf jeden Fall, Jekablu Hinter dir Hört man doch Hört man doch Ich krieg nur noch ein Kill Damit ich jetzt wieder tot Die Gegner fucken gerade richtig ab Aber ich krieg auch mein Aim nicht ganz hin Das kommt sicherlich noch Ist meine erste Runde Deswegen Vergiss das bitte nicht Mit dem Aim Wo muss ich hin? Mann Was ist das? Scheiße What is that, ey? Das war ein Free Kill Habt ihr das gesehen? Der Typ war ein Free Kill Und ich krieg den nicht 9 zu 7 Bah Der Typ war ein Free Kill Das konnte ich sofort sehen Aber ich bekam ihn nicht 10 zu 7 11 zu 7 Mann, dieser Scheiß Medic, der fuckt ab So, letzter Medic Komm Näh Anti-Minen-Schuhe, Digi Die letzte Runde Die letzte Runde LOL Diese Dieses Movement Ich werde mir gleich Schütze zulegen Mit Schütze hätte ich die locker zerstört Ich würde ja mal glöben Aber mit Sniper läuft heute überhaupt nicht Das geht gar nicht Also ich weiß, was ich heute definitiv Nicht spielen werde Easy lose Geht's noch weiter Oder haben wir verloren LOL Es geht so lang Die haben das jetzt auch In random PvP hinzugefügt Wie cool ist das denn Das Comeback von den Gegnern ist da Easy da Comeback Easy da Wenn der nochmal eine Flash wirft Ich töte den Ich schmeiß den aus dem Raum Der hat mich zugeflecht Oh lol Der Sprung ging ja wirklich schief Das war es Die Runde geht an uns Die Runde geht definitiv an uns 6 6 steht's Auf der Map Residence Shit Die haben das jetzt also aufgesprengt Aufgesprengt Dankeschön LOL Das war drauf Normalerweise jedes Mal Wenn ich jemanden so kille Kill ich den auch Aber nö Es stirbt irgendwie Immer ich Die Sniper ist definitiv nicht Meine Sniper Definitiv nicht Aber es geht 1,6er KD ist ja noch Gerade so im grünen Bereich Also es geht Es geht besser Es geht auf jeden Fall besser Es steht 7,6 Was ist das? Normalerweise läuft es immer besser So, wir haben ja die Map Pfosten uns ganz angesehen Es gibt ja nicht viel zu sehen Man kann da vorne noch aufsprengen Und mehr ist ja auch Eigentlich nicht Machbar in dieser Map Also mehr geht nicht Jetzt fähr ich der wieder Als ob wir so lange rauszögern Was ist das? 15 Minuten geht das Video schon Das ist ja krass, Mann So lange Also Videos, die 15 Minuten gehen Das ist schon heftig Normalerweise kennt ihr mich ja Ich mach immer so 8-12 Minuten Videos Gebumst, Mann Gebumst Ich krieg den nicht Ich krieg diesen Typen nie Als hätte der irgendwie Hacks oder sowas Ich krieg den nicht Oder als hätte der immer In diesem richtigen Moment Den Slide Das Schlimme ist Bei mir Slide Der immer so spät Und ich krieg den nicht Das ist der einzige Der im Gegnerteam abfuckt Das ist doch nicht mehr normal, Mann Despacito Ab dich Lol Lol Das war drauf Das war drauf Das war so drauf Das habt ihr doch gesehen Dass das drauf war Bei aller Liebe Aber das war drauf Aber ich konnte sehen Wie der Schuss einfach An ihm vorbei ging Na egal 1-6-AKD Ist immerhin noch besser Als nichts Ich hatte auch zwar Ich hatte schon Ein besseres Röntgen Aber das geht ja auch noch Auf jeden Fall Ja Leute Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen hoch da Auf der neuen Map Residence gespielt 7 zu 9 verloren Ich verliere in letzter Zeit Mit meinem Team immer Und ja Leute Wenn es euch trotzdem gefallen hat Lasst einen Daumen hoch da Wir werden auf jeden Fall Mehr Gameplays Erspielen Und wir sehen uns Beim nächsten Mal wieder Haut raus Euer Jürgen Botfest Ciao Euer Jürgen Botfest Euer Jürgen Botfest Euer Jürgen Botfest